Der violette Lacktrichterling, ein farblich hervorstechender Pilz, der ein sehr guter Speisepilz ist. Der Hut ist lila bis violett und blasst im Alter etwas aus und kann sogar im späteren Alter in einer gräulichen Farbe erscheinen. Die Lamellen unterhalb des Hutes sind lila und sind ausgebuchtet angewachsen. Wenn man ihn sucht, dann findet man ihn im Mischwald vom Frühsommer bis in den Spätherbst. Durch sein markantes Aussehen ist er eigentlich kaum zu verwechseln. Er ist sehr gut zum Einlegen als Essigpilz geeignet.